Hi Oma. Hi. Weißt du, warum wir hier sitzen? Ja, du meinst irgendwas wegen EA. Aber ich weiß nicht genau, was das ist. Bist du ein bisschen aufgeregt? Schon. Wir wissen, was das ist. Aber du wolltest mir ja nicht sagen. Ja, wir haben was per Post bekommen. Echt? Hört sich gut an. Ist dir bewusst, dass die Saisonwahl vorbei ist? Ja, fünf Spiele noch. Schade, oder? Ja, sehr schade. EASC kennst du? Ja, natürlich. Wie wäre denn deine Reaktion, wenn ich dir erzählen würde, dass du für irgendwas nominiert wärst? Kommt drauf an für was. Sagt dir TOTS etwas? Ah, ha, 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 ha. Team of the Season. Hi, yeah. Ich hab da was für dich. Boah. Team of the Season ist krank. Das ist deine official Team of the Season Karte. und das Voting beginnt heute Abend. Heute Abend, ja? Ihr seht meine Karte, Voting fängt heute Abend an und das wäre schon ein Riesengeschenk für mich, wenn ihr für mich votet. Vielen Dank, ich freue mich. Sieht gut aus, ne?